Musik Wenn man sich vorstellt, wie viel Kraft und Energie in einem kleinen Samenkorn drin steckt, wie der Regen Dürres zum Leben erweckt, das gibt Vertrauen und stets neue Mut. Das Leben ist stärker, das Leben ist gut. Grüß euch, ich bin die Bettina. Ich habe mir jetzt eine Aufgabe gemacht, die Kraft im Korn zu nutzen, um ein Brot zu herzustellen, das uns dient und uns Leben gibt. Aus den einfachen Bestandteilen der Natur, wie Demeter Dinkel, energetisiertes Elisa-Wasser, portugiesisches Quellsohle-Salz, kreieren wir lebendige Brote, die den Menschen Leben geben. Musik 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 Das war's. Das war's. Das war's.